Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Smoke and Sacrifice. Wir haben unseren Kleinen gefunden, Leo. Da steht er, aber wir können ihn leider nicht einpacken und mitnehmen. Da müssen wir erstmal andere Sachen machen und ich muss echt nochmal gucken, was überhaupt... Ach ja, stimmt, wir müssen zurück nach Dorfrackerschliff und schauen, ob wir den Leuten irgendwie helfen können. Ich weiß nicht, warum hier gerade ein Ladesymbol an der Maus ist. Okay, ist weg, sehr gut. So Leute, ah, ich sehe schon ein Ausrufezeichen. Hilfe, was ist passiert? Wir müssen diese Feuer löschen mit Wasser, Eis, womit auch immer. Bitte hilf uns, wenn du kannst. Du kannst gerne die Dorfpumpe benutzen. Oh, nicht schon wieder die. Die ist bestimmt wieder kaputt, ich sehe es doch schon kommen. Die war... Oha, ähm... Wo war die denn? Haben die immer noch das gleiche? Einmal... Ja, okay. Gut, das brauchen wir nicht. Die sagen alle dasselbe, okay. Ja, wenn man sich mal vorstellt, ne? Hier, die ganzen Straßenkinder, das sind auch alles wie unser Sohn Leo. Ähm, einfach die kleinen Kinder aus dem Dorf. Das ist schon hart. Wenn man das jetzt weiß. Ich hab's ja... Ich hab's doch schon mal vermutet, glaube ich sogar. Ich glaub, die Vermutung hab ich schon mal geäußert. Hier ist die Pumpe. Oh, das, ähm, ja. Das war Verschwendung vom Messer. So. Ich weiß nicht, was ich jetzt genau... Soll ich einfach nur... Ich... Ich hol einfach mal so ein paar Wasserdinge raus. Vielleicht ist es das, was wir tun sollen. Können wir eigentlich noch, ähm... Haben wir's denn? Nee, können wir nicht. Okay. Also, ich weiß gar nicht, was brannt hier jetzt alles da hinten, ne? Ich nimm am besten einfach mal ein paar mit. Hier sieht's eigentlich ganz gut aus. Hier brennt gar nichts. Das ist schön. Also, eigentlich nur da vorne, wo es wirklich nah am Ofen dran ist, scheinbar. Oh, hier die Dinger, das gehen kaputt. Mist. Langsam das Licht... Ja gut, das brauchen wir jetzt wirklich gar nicht. Schade. Und hier unser Ei, ja. Das ist auch so ärgerlich. Fallen lassen, aufteilen. Okay, wir können sie nicht ein... Also quasi in die Hand nehmen, das geht nicht. Oh, die Dinger... Warte, die nehme ich auch mal raus, hier aus den Favoriten. Nicht, dass ich die aus Versehen mal rumwerfe. So. Den Heizstab auch. So, hier brennt's jetzt. Mal gucken. Ah ja, perfekt. Aber wir brauchen wahrscheinlich ein bisschen mehr, ne? Ich hätte mehr einpacken sollen gleich. Sehr schön, gleich auch neu repariert. Supi. Hier auch? Nee. Auf, wen haben wir denn da? Dieser Idiot's Morphix sollte mehr Mittel für Wartung bereitstellen. Diese Zerstörung ist nur ein weiteres Symptom für den Zerfei der Welt. Mit anzusehen, wie er wütet und die Trostlosen beschimpft, das wird ein grimmiges Vergnügen. Und das nur, um einem todgeweihten Generator noch einen Monat abzuringen. Hier haben wir ein Haus. Uh, noch einige. Oh nein, das wird nicht reichen, was wir dabei haben. Ich glaube, haben wir noch? Oh, wir haben noch. Okay. Oh, wir haben's geschafft. Und es ist Rauchzeit. Oh nein. Sprich mit dem Kesselflicker. Machen wir. Oh, nee. Oh, geht weg, geht weg, geht weg. Lass mich in Ruhe. Ich speichere mal. So. Wir sprechen mit dem Kesselflicker. Danke, dass du ein weiteres Mal den Trostlosen hilfst. Oh, wir waren gerade nebenbei angegriffen. Scheiße. Du bist ein gütiger Mensch. Genug getrödelt. Was war's, das du mir sagen wolltest? Naja, wir müssen irgendwie deinen Sohn retten, richtig? Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, wie wir dem Rauch ein für alle Mal ein Ende setzen können. Warum geht der so? Stimmt, das ist wieder Rauchzeit. Das ging doch eigentlich gar nicht. Die Dinger waren doch alle kaputt. Wenn dem wirklich so ist, könnten wir alle Trostlosen mit einem Schlag befreien. Ich wünschte, der Rauch würde verschwinden. Aber wie? Hängt nicht alles davon ab, dass das Herz der Welt weiter schlägt? Ach, im Moment ja. Doch es gibt vielleicht eine Möglichkeit, den Kreislauf zu durchbrechen. Ich habe nämlich viele Jahre damit verbracht, die Verdiet-Ketzerei zu erforschen. Telemark meinte ebenfalls, dass er sich damit beschäftigt. Ja, das erklärt vieles. Wenn er dem Durchbruch zu nah ist, dann... Er wird wollen, dass die Leute bereit sind, meine Alternative zu Schwefel zu akzeptieren. Es würde ihn deshalb wenig interessieren, dass er damit dem Herz der Welt schaden würde. Willst du damit sagen, dass ich Telemark helfen sollte? Er hat mich beinahe umgebracht. Ja, und Mio auch. Äh, nein. Er ist ein Verschwörer, dessen Pläne niemand anderem dienen als ihm selbst. Die Kraft von Verdiet kann auf viele Arten genutzt werden. Seine bisherigen Handlungen deuten darauf hin, dass er eine katastrophale Veränderung herbeiführen möchte. Ich fürchte, er ginge in die Ketzerhöhle, um den Schmelztiegel zu suchen. Den Schmelztiegel? Ja, die Verdiet-Ketzer hatten zu ihrer Zeit Zugang zu mächtiger Technologie. Sie hätten damit fast den Krieg gewonnen, trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit. Der Schmelztiegel war auf irgendeine Weise der Macht Schlüssel... Äh, auf irgendeine Weise der Schlüssel zu ihrer Macht. Alles, was ich weiß, ist, dass er die Energie von Verdiet nutzt. Also, deshalb brauchte er die Ketzerstiefel. Mit ihnen könnte er die Verdiet-Höhle gefahrlos betreten. Hm, dann darf er keine Zeit verlieren. Du musst schneller sein als er. Der Fertigungsmeister weiß vielleicht, wie du den Schmelztiegel aktivieren kannst, wenn du ihn findest. Er hat mir viel bei meiner Forschung geholfen. Du solltest mit ihm sprechen. Hier sind meine eigenen Aufzeichnungen zur Technologie der Ketzer. Du solltest sie lesen, denn sie könnten nützlich sein. Okay, wir können speichern. Warum auch immer. Und nochmal mit ihm reden. Mit der Brandbekämpfung hast du denen geholfen, die sich nur schwer selbst helfen können. Du hast ein gutes Herz. Hast du schon meine Aufzeichnungen gelesen? Sie werden dir nicht helfen, Telemark zu besiegen. Doch sie könnten dir helfen, deinen Sohn zu retten. Ich hab ihn doch schon besiegt. Sag mal. Okay, wo sind sie denn? Notizen des Kesselflickers. Forschung über die Verdiktketzerei. Eine Leseempfehlung. Okay. Die Zyklen des Lebens. Eine Studie der Verdiktketzerei. Es beginnt mit einer kurzen Geschichte der Verdiktketzer. Offenbar waren sie Rivalen eines Kults, der Suncorp hieß. Suncorp erbaute das Herz der Welt und den Sonnenbaum mithilfe von Schwefel. Die Ketzer haben versucht, ihre eigene Technologie basierend auf Verdikt zu schaffen. Doch Suncorp sagte, dass sie gefährlich sind und griff sie an. So kam es zum großen Krieg, von dem all die verstreut herumliegenden Waffen stammen. Die Ketzer wurden vernichtet und ihr Wissen über das Verdikt war verloren. Niemand hat je ihre Geheimnisse entdeckt, denn sie waren im Verdikt versteckt. Doch einige Schnipsel wurden im Ödland gefunden. Der Kesselflicker fasste sie in diesen Aufzeichnungen zusammen. Okay, hier ist ein Rezept. Sieht aus wie ein Gerät zur Erzeugung von Energie. Okay. Dreimal Nektar und seltsamer Metallkennen, das kennen wir alles nicht. Ein komplexes Gerät, das die Macht des Verdikt-Nektar freisetzt. Verdikt-Reaktor bauen wir da. Die Aufzeichnungen besagen, dass ein Prototyp des Kerns hergestellt wurde. Wenn wir ihn finden können, könnten wir ihn vielleicht untersuchen und mehr Exemplare herstellen. So könnte man tatsächlich unabhängig vom Schwefel werden. Okay. Noch mal reden? Immer eine Freude, dich zu sehen, Sachi. Okay, nein. Alles ist kaputt. Was ist los? Ja, klar, Leo. Wir holen dich hier raus, auf jeden Fall. Arbeite schneller, ihr dummen Köpfe. Wenn ihr eure Arbeit nicht macht, bekommt ihr kein Essen. Okay. Ja, der ist immer nett wie immer, Smofag. Ich. Kann ich dem nicht einfach eins zimmern? Wahrscheinlich könnte ich das sogar irgendwie. Gut. Speichern. Was ist unsere Aufgabe? Stelle ein paar Ketzerstiefel her. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Frage den Fertigungsmeister, wie sich der... Ach ja, der Fertigungsmeister. Der ist doch hier gleich. Moment. Oh, was haben wir denn hier? Eisenschratt. Mitnehmen. Brauchen wir bestimmt noch. Dass er da jetzt einfach rumsteht und wir lassen das zu, das ist schon irgendwie... Jetzt greift jemand an. Geh weg. Ja, ich sehe es. Oh Gott. Nein! Oh nee, verdammt. Na ja, gut. Ja, das passiert, wenn ich springen möchte und ein Automat im Weg steht. Na gut. Äh, wo ist er denn? Warte mal. Lauf ich gerade richtig? Wo? War der nicht hier? Äh. Moment. Doch, doch. Der war doch... Falsches Dorf. Ich... Moment. Äh... Nein. Marduk. Wolfskin. Doch, der war doch hier. Doch. Aber wo? Oh Gott. Das Dorf ist gar nicht mal so groß und trotzdem findet man hier nichts. Ich weiß gar nicht. Also der Architekt hier war echt unter aller Sau. Hier stelle mal der Dings rum. Der Kesselflicker. Dann müsste der fertig... Oh Gott. Ein Rauchgeist. Oh nein. Nein, nein, nein. Nein. Steht nicht im Weg. Steht nicht im Weg. Oh Gott, oh Gott. Hilfe. Oha. Ich habe ein bisschen Angst. Äh. Erstmal Laterne. Anlegen. Ähm. Und dann, dann, dann... Haben wir nichts verloren. Oh Gott, oh Gott. Schnell weg. Hä? Stand ja nicht... Wo ist denn der Fertigungsmeister? Ist gar nicht hier... Stand doch da. Ich bin verwirrt. Meines Erachtens hätte der jetzt hier stehen müssen eigentlich. Ne. Warte mal. Hier ist... Stimmt. Hier ist das Ding. Es ist meine Ehre, dich Genossin zu nennen. Genossin. Mach weiter so. Ja. Stimmt. Hier stehen die. Wo stand denn der? Ich muss jetzt leider hier unser... Unser Zeug essen. Okay. Lassen wir es erstmal dabei. Ah. Der Fertigungs... Aber der stand doch auch hier im Dorf rum, oder nicht? Aber wo? Ich würde fast sagen... Warte mal. Wir gucken noch ganz kurz hier die Ecken durch. Aber wenn ich ihn jetzt nicht gleich finde, dann würde ich sagen, mache ich einen kurzen Cut. Bevor wir jetzt hier ewig wieder die Folge verbrauchen. Wir brauchen einfach nur, um jemanden zu finden. Ja, hier ist nämlich schon wieder Schluss. Kann ich jetzt mal mit dir reden? Das Dorf ist gerettet. Hab vielen Dank für deine Hilfe. Diese Feuer haben auch die Ratten ordentlich dezimiert. Oh. Hier ein bisschen verkult, aber trotzdem lecker. Man soll nichts verkommen lassen. Oh. Aber doch, doch, doch. Können wir gleich mal essen. Ist ja perfekt. Zwar sehr unlecker, aber hey. Was will man sich beschweren? Sag mal, wo ist der denn? Nee, hier ist Quatsch. Ah, stimmt, ne? Die Ratten. Obwohl, die waren schon immer, glaube ich, nur da. Hier waren noch nie welche. Ah, wo ist er denn? Wo ist... Warum kann man hier nie irgendwas auf der Karte sehen? Das nervt mich so ein bisschen. Die wichtige... Also, die hier sehen wir. Die normalen, aber... Den Fertigungsmeister nicht... Ist der nicht mehr hier? War der vielleicht hier und ist jetzt weg? Ich könnte halt schwören, dass der hier in dem Dorf war. Wo sonst? Hier ist das Wolfskind. Ja, sonst ist doch Quatsch. Der war doch auf jeden Fall hier im Dorf. Hundertprozentig. Fertigungsmeister, wo bist du? Stand doch irgendwo in so einer Ecke rum, zwischen... Äh, ich dachte ja eigentlich... Na gut, hier stand der Kesselflicker. Ja, hier stand er nicht. Aber ich dachte, der hätte da unten gestanden. Bei dem... Bei dem Haus, der... Der, der... Ja, wie soll man es nennen? Der Freiheitskämpfer oder wie auch immer. Der Revolutionäre. Der stand doch hier. Ist der umge... Warte mal. Gucken wir nochmal auf die Karte. Ist der umgezogen? Der ist noch eine Kiste, die wir noch nicht auf... Vielleicht ist der da gar nicht mehr. Vielleicht ist der jetzt da. Wo soll man denn hin? Ne, wir haben ja die Koordinaten nicht. Ne, ist Quatsch. Wir können ja noch gar nicht da hin. Wir haben die Koordinaten ja gar nicht. Die kriegen wir ja von ihm. Das macht keinen Sinn, dass wir den dort treffen quasi. Das ist Quatsch. Oh Gott, wo ist der? Es tut mir echt leid, Leute. Bestimmt einige von euch, ähm... Ja, knallen gerade mit dem Kopf gegen die Tischplatte oder so. Weil sie genau wissen, wo er steht. Ich... Oh nein, was ist jetzt los? Die Laterne ist alle. Moment, wir haben noch eine. Deswegen habe ich die jetzt auch nicht reparieren lassen. Ja, Leute. Ich suche jetzt, glaube ich, schon seit mehr als fünf Minuten nach dem Typen. Ich mache jetzt hier einen Cut rein. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Hoffentlich beim Fertigungsmeister, ja. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe mich total vertan. Der war nicht in Dorf Rackerschliff, der war in Dorf Sengstein. Da steht er nämlich. Sari, Telemark hat gesagt, du wärst tot. Freut mich zu sehen, dass er gelogen hat. Telemark war hier? Was wollte er? Nichts Wichtiges. Nur Unterstützung bei einigen Berechnungen. Ausreichend große Mengen Verdiet haben faszinierende Eigenschaften. Theoretisch. Niemand wäre verrückt genug, das in der Praxis auszuprobieren. Dann ist es ja gut. Nur so aus Interesse. Was denn für Eigenschaften? Nun, solange man es dazu bewegen kann, sich zu verdichten, ohne zu explodieren. Und solange man genug davon sammeln kann, um die Danu-Schwelle zu überwinden. Wozu man wohlgemerkt eine ganze Höhle von dem Zeug bräuchte. Würde die resultierende Resonanzkaskade alles Leben in der Unterwelt auslöschen. Oha. Es ist also kein Wunder, dass das niemand wirklich ausprobieren will. Alles Töten nennst du eine faszinierende Eigenschaft? Ja, schon. Enorme Zerstörung an Lebenskraft ohne Schäden an der Bausubstanz. Aber was danach passiert, ist das wirklich Interessante. Nach der ersten Explosion würde die Verditenmasse einen stabilen Zustand erreichen. Die Energieabgabe wäre sehr gleichmäßig, aber kolossal. Hm, also ungefähr wie der Sonnenbaum. Äh, mehr. Viel mehr. Wie die ursprüngliche Sonne aus den alten Legenden. Faszinierend, darüber zu spekulieren, findest du nicht? Ähm, ich glaube nicht, dass Telemark sich mit Spekulation zufriedengehen wird. Ich glaube erst drauf und dran, eine praktische Übung durchzuführen. Äh, was? Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin mir sicher, dass er die Konsequenzen versteht. Das tut er wohl, aber ich denke nicht, dass ihn das abhalten wird. Fertigungsmeister, was kannst du ihm über den Schmetztiegel erzählen? Ähm, über den Schmetztiegel? Was interessiert dich denn daran? Ich muss ihn reaktivieren. Der Kesselflicker hat gesagt, dass du wüsstest wie. Ach, der Kesselflicker, natürlich. Der ist nicht ganz richtig im Kopf. Weißt du, ja, ich weiß auch wirklich nicht, ob wir dem überhaupt vertrauen können. Ganz ehrlich, der ist von Anfang an einfach irgendwie da gewesen. Und wir stellen, auch Sachi stellt es überhaupt nicht in Frage, dass er uns die ganze Zeit hier irgendwie durch die Welt leitet und uns erzählt, was wir machen sollen. Er sagt ja, dass der nicht genauso, ja, so schlimm ist wie Telemark. Aber ich habe von meinen Ziefvätern einige alte Rezepte vererbt bekommen. Nektar. Ah, der Nektar. Eine Lichtblume und Eier der Laternenflieger haben wir alles nicht gefunden bisher. Ich habe gehört, dass dieser Nektar der Schlüssel zum Betrieb des Schmetztiegels ist. Strahlendes Diadem. Wow. Verdict, Eispolypenhirn, brennendes Poly... Ach, scheiße, ist das ja alles auf Zeit dann. Ja, zumindest die Hirne. Kristalle, dreistöckliche Quelle. Zu den Nebenwirkungen zählt unter anderem Größenwahn. Und dieser Helm war ein Markenzeichen der Verdictetzer. Sag dem Meister nicht, dass ich dir das gegeben habe. Aber wenn du das hinbekommst, würde ich es nur zu gern sehen. Ich komme auf jeden Fall vorbei und zeige es dir. Vielen Dank, Fertigungsmeister. Ja, wir speichern. Immer wieder gern. Hey, du bist doch die, die den alten Smokeback vermöbelt hat. Ja. Das geschieht ihm recht, dem Obertyran. Ähm, wenn du keine Angst vor dem Meistern hast, vielleicht kannst du uns ja helfen. Die Lermark erlaubt uns nur eine Schüssel Haverschleim am Tag. Wir haben alle so einen Hunger. Ein paar Portionen Schweinegulasch werden jetzt gerade recht. Habe ich, habe ich das dabei? Nee, ne? Doch, ich habe eine. Nee, Schweinesauberfrucht? Doch, 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 das ist das. Aber es reicht ihm wahrscheinlich nicht. Warte mal. Die wollen bestimmt fünf oder so haben. Drei. Ja, also ganz ehrlich. Nee, danke. Da behalte ich die lieber und esse die selber. Grandiose Leistung, die Manufaktur wieder in Betrieb zu nehmen. Da ist den Meister der Flamme besiegte. Staunlich. Vielleicht ist der nicht ganz so furchterringend, wie ich dachte. Übrigens, ich habe mir die alten Aufzeichnungen in unserer Industrie angesehen. Sie erwähnen ein komplexes Gerät aus einer Zeit vor der Verdietkätzerei. Dieser Gefahrenschutzanzug hatte viele faszinierende mechanische Verbesserungen. Vielleicht bringt er mich auf ein paar nützliche Ideen, wie ich meinen eigenen Anzug verbessern kann. Stimmt, das ist ja auch... Irgendwie habe ich das immer als Roboter gesehen, aber das ist ja nur ein Anzug über dem Menschen hier. Wenn du es schaffen solltest, so ein Ding zu bauen, würde ich es gern sehen. Wow, okay. Was ist das hier? Zeige den Fertigungsmaß, aber ich habe doch das Rezept gar nicht bekommen gerade, oder? Ich habe doch gar nichts bekommen da. Moment. Ach, das Ding ist... Ah, okay. Den hatten wir schon. Stahlplatte, Kolben, Schuppenschale. Ja, Schuppenschale ist so ein Ding. Habe ich jetzt nicht so die Ahnung, wo es das gibt. Na gut. Okay, wow. Wir haben jetzt echt... Wir haben 100.000 Quests hier drin. Feuerpullüken könnten wir eigentlich mal zwischendurch machen. Ja, Gulasch. Dann müssen wir ja das Viech besiegen. War das das? Oder... Ne, die kleinen reichen, glaube ich, schon. Fünf Portionen Schwefelpulver. Aber das sind ja so Nebenquests, die müssen halt eigentlich gar nicht sein. Dann, finde und aktiviere einen Schmelztiegel. Ketzerstiefel müssen wir herstellen. Da gucken wir mal eben. Die Ketzerstiefel. Wo sind die denn hier? Ich weiß gar nicht. Haben wir die? Hier. Stahlplatte, Schuppenschale. Auch Schuppenschale. Ich habe keine Ahnung, wo wir Schuppenschalen herkriegen. Wahrscheinlich. Wir waren ja... Wir sind ja noch überhaupt nicht in das Feuergebiet gelaufen so richtig. Also wir sind mal rüber gelaufen, ganz kurz. Ich nehme an, das wird es im Feuergebiet geben. Da kriegen wir auch die Feuerpolypen her. Mit... Was war es denn jetzt? Das habe ich letztes Mal nämlich falsch gedacht. Ja, entweder Schwarzpulver war es nämlich, glaube ich, nicht. Das hatte ich versucht, das hat nicht funktioniert. Ich glaube nämlich, wir brauchen tatsächlich Schwefelpulver dafür. Okay, Leute. Aber ich folge es am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.